Wer ist das Schönste? Der Koch? Das ist wie beim Paypal. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Publikum hier im Hinterhalt Gelting. Und natürlich vor den Computern, Tablets oder auch Handys natürlich. Wir sind Man of the Year, wir spielen ein Konzert, unser erstes Konzert seit zwei Jahren, tatsächlich seit es uns gibt. Wir sind aufgeregt und wir haben große Lust mit euch, trotz der Situation zu spielen. Wir werden natürlich das Geld, das hier gesammelt wird und das ihr vor den Bildschirmen fleißig über Paypal spendet, natürlich unter allen Beteiligten, die hier die ganze Technik machen, die hinter dem Tresen stehen, aufteilen, gleich aufteilen und natürlich auch sicher für die Ukraine auch spenden. Das war's schon. Ich wünsche euch hier und natürlich vor den Bildschirmen viel Spaß. Ihr dürft ein bisschen betrügen, ich denke, das hat noch nie geschadet. Und viel Spaß mit Man of the Year! Ja! 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 So, hi auch von meiner Seite, Erich hat es euch schon ein bisschen angekündigt, also wenn du jetzt hier dabei bist, weißt du sitzt hier unten oder bist du irgendwie am Rechner oder siehst das überall in dem Kanal, dann bist du einer von denen, auf die wir jetzt zwei Jahre lang gewartet haben. Es ist nicht der erste Gig, das ist nicht, wir haben halt nur die Gigs nicht auf Bühnen gespielt, das erkläre ich später noch ein bisschen genauer. So, wir sind man of the year, herzlich willkommen. Musik 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 So that day's passing by But you know that I'm white And it seems as if knowledge And forgetting's got a tie So yes I'll reach the winner And find out if it's the day Although you're done And they won't find you And what's in the street? Some streets are singing so wrong But you won't speak always up on their feet Some are always asleep People you don't want to meet on the street Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und der Typ ist der Bastl Raindrops keep on falling on my windowpane It doesn't sound crazy, but this is driving me insane Again, 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 doubling down, turning around All of a sudden I'm losing the crowd I can't stop listening to the raindrops sound I can't stop listening to the raindrops I can't stop listening to the raindrops I can't stop listening to the raindrops sound 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, ganz kurze Sicherheitshinweise noch zu diesen Aufklebern. Wenn ihr die öffnet, das sind irgendwie, die kleben saugut. Also da, wo ihr sie hinkleben wollt, da solltet ihr sie dranlassen. Also nicht auf alte Autos kleben, weil sonst, wenn ihr das Auto entsorgt, müsst ihr den Aufkleber mit entsorgen. Also klebt ihn auf neue Autos, dann hat man jetzt länger. Also haben wir alle, wir sind ja Millionäre. Nächster Song, Millionär. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. Untertitel. BR 2018 Untertitel. 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 Bethany Ich bin gar nicht lustig zur Zeit. Aber das nächste Lied ist eins meiner Lieblingslieder, also mein persönliches Lieblingslied tatsächlich. Das ist das allerletzte, also das letzte Song. Das ist aber gar nicht lustig. Oh, das ist aber gar nicht lustig. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dear Mr. Sorcerer, Fulfill some wishes, won't you do? Be your happiness ambassador, yeah. Dear Mr. Sorcerer, Fish out the evil into pieces, won't you do? Are you about to leave your work to John? He does. Take your broom, tie it around the worst day. Make something up so that everyone may love you. Fulfill your magic. I don't know how they bought us from. But they told me I was about to see if it's true. It won't be so dry, yeah. Dear Mr. Sorcerer, Fulfill some wishes, won't you do? Be your happiness ambassador, yeah. Dear Mr. Sorcerer, Fulfill some wishes, won't you do? Cause you're the evil into pieces, won't you do? Are you about to leave your work to John? He does. I don't know. Oh! Oh! Musik 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 Danke fürs Zuschauen, zu Hause, hier, überall. Besucht uns mal auf Spotify. Ich hab mir lieber gesagt, dieser oder wie Sie alle heißen. Danke. Danke schön. Man after year! Bevor erstens Licht nicht mehr angeht und die anderen nicht mehr zurückfallen, die stolpern alle über meinen Karten. Also, tatsächlich haben wir noch einen, der ist auch wieder passend. Es war so, das kann ich auch wieder kurz, unsere ganzen Geschichten haben halt irgendwie gar nichts mit Gix und sonst was zu tun, sondern nur mit Pandemien und irgendwie einer interessanten Zeit, in der wir uns gegründet haben, kann man vielleicht genau so sagen. Und jetzt war es so, dass wir dann zu Hause saßen, während dieses ersten Lockdowns, und dann kam diese Nachricht, hey, wir dürften jetzt bald wieder eine Person treffen. Und dann haben wir uns gesagt, das ist genau richtig, wenn wir einen treffen können, können wir alle zusammen Musikvideo drehen. Und das haben wir gemacht, jeder zu Hause für seinen Partner. Und dann haben sich immer zwei getroffen und miteinander ein Musikvideo gedreht. Und das wurde dann alles schön zusammengeschnitten vom Klingi. Und schaut euch das mal an, das End of the Show heißt das Video. Und immer, wenn ich das höre, für mich ist das so, ah, das war das erste Mal wieder so raus. So, äh, alle so ein bisschen paralysiert, alle so ein bisschen schräg drauf. Jetzt immer noch schräg drauf alle. Aber genau, schaut es euch an, vielleicht kriegt ihr das Feeling ein bisschen mit. Und geschrieben haben wir, der Song heißt End of the Show. Wir haben ihn geschrieben, also ich habe ihn geschrieben im Dezember 2019. Da hatte ich noch keine Ahnung, was jetzt wirklich End of the Show ist. Aber, ja, hört es euch an. Aber, ja, hört es euch an. Aber, ja, hört es euch an. Sound lights are low I know where to go So let's just follow the flow Feeling so free As long as you're here with me Hope you agree Baby you got what I need You have to leave me Because love is light Please leave me for you I'm leaving everything behind I'm gonna follow Yeah, I'm not sure And if there ain't no place to go Just wanna make sure There'll be some afterglow with you Show me the way It's all I'm able to say It's okay Cause I don't wanna stay anyway You have to leave me Because love is light Please leave me for you I'm leaving everything behind You have to leave me for you 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 Musik 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 Das war sehr, sehr gut. Musik 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 Musik